Einen wunderschönen Tag zu eurer neuen Runde TTT2 mit Walui, Dalu, Gipi, Items, Juli, Taudo, Maru und ner Fliege. Fliegeio, Fliegeio! Hello Mr. Tau zu dem Tau! Wo ist der Feuerwerfer? Es ist, ich hab den nicht, was auch immer du gesagt hast. Wo ist der versprochene Hete? Ich wiederhole mich nochmal, in der nächsten Session. Hast du nicht aufgepasst, Maru, ey? Ich wollte ja nicht mit haben. Konrad, trollst du gerade rein? Ja! Ist das nicht ne neue Session jetzt? Ja, wir haben schon wieder Weihnachten. Konrad, hau dich jetzt! Da sind die Turtles! Da sind die Turtles! Hey, willkommen die HeroTools! Alle Turtles! Was? Warum soll Walui da eh drücken? Wo soll ich eh drücken? Weil da ein Dorbaster Hand ist. Nee, nee, dann lieber nicht. Also keine Türen öffnen. Hello Sir! Mr. Kondran, Sir! Und warum würdest du Walui verarschen geben? Das find ich unfair. Ich wollte Walui in den Traitor-Tester einstellen. Ey, ich wurde angeschnippelt! Ey, Maru, ich bin ein Traitor-Tester! Wusstest du gar nicht, dass es ein Traitor-Tester gibt? Knipper! Ja, wir sind hier unten beim Traitor-Tester-Tester-Tester-Tester-Tester. Viel zu viele Leute! Snipper der kleine Delphine! Juliet hat angefangen zu singen. Hello! Hallo! Aha, ist die Verräter? Blipper! Blipper! Ihr seid doch doof! Oben auf dem Dach hat jemand auch nicht geschossen. Nee, ich hab auf Baluuuu! Ey, Baluii, bist du Traitor? Warum? Wenn du Traitor bist, bist du One-Hit für mich. Bist du Traitor? Bist du sicher? Ah, ja. Ey, ist wirklich Traitor? Das sieht man. Ist das ärgerlich. Ich hab wirklich fester mitgegeben. Was ist da für ein Hebel? Ist das Heilung? Ist der Maro umgefallen. Ah, okay. Der Maro umkreist mich wie so ein Eintagsflieger. Ich weiß, wie das ist. Die fliegen eigentlich immer um. Oder wie den Mond. Ich bin zwar dick, aber so dick bin ich auch noch nicht. Julie, geht die Tür nicht nur als Tee auf? Willst du, dass ich teste? Ich bin mir jetzt grad wirklich nicht 100% sicher. Ich glaub, die Tür geht nur als Tee auf, oder? Ja, da muss ich's mal probieren, ne? Du hast mich doch aufgemacht. Nee, das bin ich nicht. Ja, aber ich bin eh nur. Mann, du wirst schnippeln. Du bist jetzt auf mich zugerannt. Ich kann das ja nicht gewesen sein. Tauta wurde umgesnipselt. Von jemandem, der schnipseln kann. Und ich hab die Credits, glaube ich, rausgenommen. Ja, hab ich. Der RGB wird immer schlimmer bei den Lektor, wenn du PCst, ja. Ihr zeigt doch mal, wer ihr schnippelt. Ja, RGB-PC. Ich bin immer noch der Meinung, dass Ubi halt seine Sniper hat. Du hast auf Milch geschossen. Das kann jetzt mal sein. Ich hab auf Baluigi geschossen. Juli, hier ist der PC, der leuchtet. Und hab danach sogar dem Date gesehen, der soll Baluigi töten. Er hat mir was an. Du wird sterben. Hast du mich grade Date genannt? Ich bin Survivalist. Und Juli hat glaube ich... Ja, aber du hast ne Golden Deal gehabt. Aha, er hängt der PC an der Wand. Wann hat Juli? Äh, ich hab den platziert. Warum? Weil ich einfach eine offene Tür mit Dormaster versehen wollte, um dieses Loch freizukriegen. Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr ganz hier Survivalist bisher. Aber ganz kurz, ich hab mit ner Golden Deal auf Baluigi geschossen, der da konfirmter Traitor ist. Ja, aber dann hätte ich doch nicht getötet. Ich hätte auch nur Enos Legend erschossen, oder? Ja, und Dardo ist wieder rein. Ja, und du bist immer noch drin. Ich bin draußen nicht drin. Dann hast du aber erschossen. Wen hab ich erschossen? Weißt du überhaupt, dass es ne sie ist, die tot ist? Wir sind noch nicht konfirmt gewesen. Doch, das war Juli. Sie hat zwar gesagt, sie geht hoch. Ja, ja. Wurde auf jeden Fall umerschossen. Es ist Juli. Sie wurde... Sie hat gar nicht gesagt, sie geht die Treppe um. Guck mal, da ist noch ein Gipsel. Und der wurde von einem Traitor erschossen. Eindeutig. Jetzt bekomme ich gleich von Dardo eine ins Gesicht. Würde ich gern. Allein für deine Lügen da die ganze Zeit. Ich bin Survivalist Katze und ich bin fein. Du hast nen Dorbast an die Tür angebracht. Japp. Aber auch ne Golden Deal kill auf Fritz Peter. Beide, genau. Ja, er kann auch noch Jakal sein. Hallo, Sir. Oh, ich hab fast die doperste Tür zugemacht. Hallo, Sir, Nummer zwei. Oh Gott. Hallo, Sir. Und, dass du es gesagt hast, Sir. Hallo, Sir, Nummer zwei. Oh, ich ziehe es schon. Ich werde gleich weggeschnipselt. Ne, da ist Dardo. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Wie. Ich bin grad. Okay, ich glaub dir. Maxi ist also die letzte. Oh, du bist Jakal. Also, Conor hat du erst gerade geschossen. Ja, ja, aber wenn Max Max mehr lebt, ja wohl ne. Oh, das ist aber nice. Dankeschön. Das ist mein Lieblingseidum. Ich flieg erstmal. Ne, mach du. Ich suche Maxi. Der war auch auf dem Dach hier gerade. Genau, deswegen suche ich dir gerade. Äh, bist du das jetzt wieder hoch? Ich bin hoch. Ja. Auf dem Dach selbst dann nicht. Maxi. Auf keinem Dach. Ich bin tot. Oh. Oh. Oh, Maxi war schon. Oh nein. Ich hatte nämlich noch Ops. Also, ich hatte noch Dinge. Ich bin einfach explodiert. Ich hab keine Ahnung was. Ich weiß nicht. Das ging nach Fade. Aber ich hab nur Tautau und Gipi getötet. Aber ich hab nur Tautau und Gipi getötet. Aber ich hab nur Tautau und Gipi getötet. Der Gipi war irgendwie special. Wer hat mich am Anfang geschnippert? Wer hat mich am Anfang geschnippert? Ja, Julie. Wer war das? Tötet der Wreth die Sidekicks? Keine Ahnung. Den Jackal? Der Jackal. Der Jackal. Wieso? Ich bin einfach explodiert. Tautau will wieder ein Fate gehabt haben. Aber Tautau war doch Inno. Deswegen. Ich hab nur Inno und Wreth getötet. Inno Fade. Ja, diese Schlipper, ey. Und die Tautau. Ich hab nicht mitbekommen, dass Psychik auf der Kahl geschnitten hat. Einmal die Küche unten im großen Haus. Ah. Ah. Ah, ja. Ah, ja. Das zieht jetzt auch nicht mehr. Ich weiß schon, dass das ziehen sollte. Hier drinnen, ne? Nee. Ich glaube, der hat den versemmelt dann aber. So ist ja nix wo Blut. Was hat die böse Katze gemacht, hm? Das ist ja wieder klein. Nee. Da bin ich da angebracht, hm? Nein, nein. Ich bin fein, fein. So wie davor. Da ist nach Respawn. Das ist der amnesia, oder? Nein, der der... der... Kultisch. Ah, der Wu-Priest. Ah, der Wu-Priest. Ah, ne, Quatsch. Aber dann ist er ja gestorben. Darauf wieder reden, oder? Ja, der hat ja auch. Natürlich darf der reden. Aber warum ist der schon gestorben? Warum redet der bei einem nicht verloren? Was ist denn hier kaputt? Was macht ihr hier alle? Kuscheln! Oh, da liegt ein Spirit auf der Straße. Wo kommst du? Ich bin schon die ganze Zeit hinter dir her. Ich war dir eben zu dritt drin. Ja, da war noch ein Blaunie dabei. Ich bin nicht zu dritt, ja. Ich war kein Zeug, war ja nicht zu dritt. Oh, er fliegt! Er ist doch noch bloß! Er ist auf der Straße. Ein böser Spirit. Also irgendjemand hat da auf jeden Fall nichts zu spüren. Er hat daneben geschossen. Ah! Herbert in disguise. Spirit auf Straße. Oh! Oh, Schlepp! Wird uns alle holen. Ma-Dui hat den Spirit zum Zeitgek geschossen. Ist die Frage, hat er wirklich den Zeitgek-Schuss vorbeigesetzt, oder hat er den getroffen? I-Dims? Ich glaube, er hat den versammelt. Ah, Gippi zielt auf uns. Er kam nämlich mir entgegen und hat den... Ich treffe das Ding nicht. Gippi ist ein DSC. Da wäre ich... Wäre ich sein Cu-Ska. Hugo. Geh da drüben. Da wäre ich knackt. es würde jemand anderen zum Zeitgek-Kl schießen. Gab sie's da drüben? Na G thumbs da drüben eine Dachparty sagt man? Wir sind nicht eingeladen? er ist gerade mit zu mir und gibt ja aufs dach gekommen hat einfach mit der die geschossen und ist weg gerannt und ich dachte er gibt ihn zum zweiten gemacht und dass wir schlossen noch nicht ich wollte erst mal wissen ob ich das ist gut beim starthaus oder wenn ich euch mal was sagen wenn da du so eine geschichte erzählt die wahr ist dann ist er meistens erwischt worden von dem schuss und labert jetzt nur irgendeine scheiße ich sehe da du als auffällig ist auf jeden fall sehr überrascht davon also in einer versuch aber immer einen tod ja das mag ja ich habe traurig haben wir einfach weggeznackt ist auf jeden fall ein gott jetzt wird da ist da ich habe ich gemerkt ich weiß nicht was passiert wenn das auto drüber fährt es passiert nicht er fliegt auf die andere seite er ist einfach drüber gefahren oder ist noch kein trader confirm damit seid es doch fast fast alle oder leckt da bei mir oder ich habe gerade angst ich habe pushen top was mindestens drei t's mindestens ja ich weiß ich bin also habe ich gar nicht wieder auf damit haben wir hatte werden und dran auch ja jetzt du mich mal jetzt mir vertraut hätten wir zwei jungs gewesen ich habe dich doch gar nicht angegriffen ja aber fahrer also ja es wirkt aber auch so das dauert leider jetzt noch weil 30 kunden oder so ich habe es nicht mehr hast du jetzt eigentlich sind wir alle das ist nicht gewählt ja ich bin aber nicht weg warum schießt du jetzt das ist ich hoffe du bist jetzt kein schakal doch verfehlt oder nein nicht dass wenn du einen twitter anschließt stirbst du also der priester ein twitter anschließt das war nicht nett das heißt wenn ich ihn anschließend bin ich tot ich bin auch in der bruderschaft ja ich bin ja der priester ich gebe ihn der bruderschaft waru die leute die leute die in der bruderschaft sind können trotzdem auf traiter schießen nur der priester darf nicht mit seiner zeit kick die glasen seiner priester diegel jetzt noch geschossen und deswegen finde ich auch immer interessant dass man sagt dumme haben kein glück ich meine jeder andere wäre gestorben ja ich habe das problem wenn traiter kommt schon konfirmt ist dann ist es blöd trader zu werden weil die naja aber wenn du ein trader kielten dann einfach den platz eines hallo wechsel wechsel kannst du beibringen wie ich überlebe nein da bin ich definitiv der falsche für also ich kann dir ein crashkurs geben wenn du willst du solltest sowas hier nicht konfirmen das sind leichen das ist die habe ich mitgebracht gerade dem hast du nicht gesehen wie ich die türen geraten tragen habe ich habe ich mitgebracht irgendwas dreht da unten gerade weg hat sie konfirmen hat sie konfirmen mehr als dicht konfirmen dieser leiche kann ich ja nicht sagen er ist ganz neu dabei das ist aber auch so eine sache gefährlich mit dem angst das heißt wenn der pharao stirbt könnte er gefahren werden was ist das denn für eine aussage steht direkt ich habe die leiche hingelegt gesagt dass man die nicht konfirmen wahrscheinlich ja das habe ich aber nicht geschossen also das wissen du ja offensichtlich trader die verarscht uns ja das war doch ein joke offensichtlich ist versteht keiner mehr witze ich habe kein dead ringer gibt es betrunken ja ich habe kein dead ringer gibt es betrunken deswegen maxi hat auf jeden fall vor allem wurde ich dreimal angeschossen und kein dead ringer wurde aktiviert was habt ihr gesehen nämlich nicht leben wie im haus was bin ich die waren nicht erschossen wie war hier im haus das müsste da sein dass gerade hoch und ist tot runtergefallen ich bin mir nicht sicher ob ich den hier konfirmen möchte bin hast du ihn? ja ok aber woher hattest du den dead ringer? ich habe nichts an ja ja hier liegt eine leiche ich traue mich aber nicht zu identifizieren es gibt wieder letztes ich bin survivalist die beide böse als ob du survivalist bist ja dann machen wir es nochmal auf und schauen was wächst gleich wenn die rolle ist dann reden wir weiter über das ich weiß ja was bei mir steht ja ja wie ist jetzt auf alles was mir hier reinkommt du ich lasse die zeit ab ich muss ja nicht als traitor aha ja ja ach du kommst da wieder ne kippie war wirklich inno what the fuck ich war hundertprozentig zusammen böser daluh was war das böser daluh du hast mich vom baum ausgetreten ja ich finde das aber das ist aber das ist aber das ist eine Position von dem Ark die finde ich ist nicht fair die bei den Kinder vom baum ausgeschubst sind aber mao wenn du an dem Ark wieder kommst dann ist das ja mal super doof für dich ja eben das ist die timing ja und items warum hast du nichts gemacht wie ich weil ich theoretisch schon dachte dass ich Wechs umgebracht hatte und ich mir noch mehr Spielspaß in der Runde zerstellen wollte also ich hab wirklich ich bin einfach ich hab ich hab gemeint danach ja ich war einfach nur fein danach ich war mir nicht sicher ob mein Boombard ihn getötet hat deswegen es hätte ja sein können dass jemand anders den konfirmt hat aber deswegen er deswegen gestorben ist deswegen dachte ich ich halt mich die Runde einfach zurück wie handelt man Rollen die man nicht versteht was hast du denn nach der Runde Fragen so ja besten Nachfragen ne was hast du also okay er ist Pirate Captain ja du kannst deinen Vertrag auf den Boden werfen und der der den aufhebt dessen Rolle nimmst du an oh der Team nimmst du an der Team nimmst du an die beste Rolle ich hab ne ziemlich geile du bist du intim mit dem weg nicht dann muss ich mir irgendwen holen wer war das die Runde oben am Dach aktiviert also wir können ich fände oh Gott das war aber irgendwie das sniper glaube ich ja das war ein schwacher schluss leider noch langweiliger ich kann der Rolle nicht mehr annehmen du kannst es immer wieder dein Vertrag einfach weiter der EFN survival ist ich bin doch 6 und 7 ja ja wir haben wir haben wir haben wir haben die letzte Runde 2 mal survivalist das stimmt wir hatten letzte Runde 2 mal es kann sein dass der survivalist vielleicht ein Anderer gibt ne da war kein Anderer unten in der Liste am Ende ne das ist wieso hat Kondra einen Baseballschläger der hat weil der survivalist getroppt hat ja 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 dafür hau ich dich jetzt bei Louis okay mach mach der erste mach lieber nicht viel Spaß wo hast du den gelegt wechs wechs jetzt schon mal bei den Bösen hab ich das Gefühl ne wechs 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 weg ich bin ein hundert prozent okay und da war noch in meinem tüttel und vor allem wir gehorchen und von der blanke springen bei den trainer sein die wechselung wieder sich du bist du gehörst dann als unterling zu dem typen explodiert was ja danke anschlag die andere tür ist für frauen die nicht diskriminieren ja warte mal ist sie gerade bärenfalle gelaufen okay aber ich habe das team von ihr angenommen ich habe keine böse okay aber ich bin ja ich bin hier oben über uns das ist lustig so wechselt immer noch inno jetzt kann jemand aus hey was geht oh mein gott bist du wirklich in team items ne wechsels lieb zu mir ist derjenige der hier oben ja gerade den wechsel erschossen hat auf jeden fall böse das kann ich mir auch vorstellen ja das war eine leistung weil wir die ganze zeit durch die gegend gelaufen sind ich wollte nur das klo letzte runde auch mann ich wollte den trainer konfirmt als ich gesehen habe dass walu in die bärenfalle gedroppt habe ich hingesprintet aber kundran war schon dran ach du musst ihn komplett konfirm und nicht einfach angucken also ich wusste da war ich habe ich habe dass ich den einzelnen schleppler hatte wäre mit zwei mehr geworden Oh man, dann wäre es aber unfair für mich geworden, als Survivalist. Der Name Waloui, du hast ihn halt voll weg gemügelt, ey. Hau da mit welcher Begründung! Ne, Waloui ist fast. Ja, ein blöder Spruch und dann wird man getötet hier. Ich? Was bin ich? Ich hab's immer noch nicht gehört. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass Dortmund ein Wort gewonnen hat? Nein, ich, Pharao. Ein Wort? Ich, Pharao. Wofür? Mutzwister Bahnhof Europas. Ja, alles, also ganz Europa, jeder Bahnhof, Dortmund Platz 1. Hä? Ich bin stolz drauf. Wieder mal Platz 1, ja. Die gewinnt man gerne. Dortmund sind ja sehr stolz drauf, ja. Ja. Also schon eine Arbeit zu vertreten. Gegen ganz Europa durchgesetzt. Ich hätte gedacht, Hagen gewinnt das, aber... Hat dann gearbeitet. Wer hat ja jetzt seine Geduade auf dem Dach hin. Der Pharao. Das bin ich. Damit mach ich automatisch lustige Katzenvideos. Sehr cool. Kann ich das abschießen? Ist das nicht auch richtig? Das wäre äußerst unhilflich. Warum machst du das? Das ist gar nicht persönlich gewinnt. Ob die Ägypter damals... Warum solltest du das tun? Warum tut der Mensch da oben dasselbe? Da ist gerade einer an der Falle umgestorben. Ich... Ich weiß... Das war ich nicht. Nein. Warum Dalo auch? Nein, 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 nein. Wir wurden von der Seite angeschossen. Nicht gesehen, wer es war. Alter, ist auf dem Dach. Hier, wie heißt das? Wer ist Dalo? Maxi. Maxi war das. What? Er wurde ja von der Seite angeschossen. Maxi hat auf Items geschossen. Maxi... Wie soll ich Maru weggewinnen? Ähm... Gibi, ihr würdet von den Trapo weggehen. Ah, dürme Maxi-Kill. Dann denke ich, wir sind doch eigentlich kaputt. Alter, hab ich Maru dran gestoppt. Das Ding hat nicht mehr so viel. Das hat vielleicht noch eins oder so. Aber... Was passiert, wenn man es kaputt macht? Dann sterbe ich. Äh... Hinter euch ist es wieder ein Lange. Hinter uns sterben auch sehr gut. Sag mal, Maru, ich schieße mal auf den Lange. Okay, erstmal, Dalo ist der einzige mit Sniper in der Hand. Ey! Das ist... Oh, mein Gott. Dalo ist aber echt. Also Dalo... Dalo hat mich auch gerade angeschossen. Gipi! Gipi ist es, Leute! Vex, rechts neben dir! Nein, nein, Vex, nein! Vex! Ja, ich hab ihn gemacht. Ja. Vex schießt auch auf mich. Vex schießt auch auf mich. In Ohr, warum habt ihr denn auf Dalo, Manu? Ich bin... Vex hat danach auch auf Dalo geschossen. Ich werd hier hart geplayt. Leute, ich bin es nicht. Hast du Vex gekillt? Ich hab Vex getötet, weil er auf dich geschossen hat. Wenn er wieder spawnt, ist er böse. Der leuchtet nicht mehr. Gibt's denn eigentlich jedes Mal safe einen Grafräuber? Ja, gar nicht, dass du mir geholfen hast. Ja, zu mir immer, ja. Nein, gibt es safe zum Ank immer einen Grafräuber? Ja, ja, ja. Du kannst... Halt mal Ehe gedrückt. Ich guck mal, ob sich das orange färbt. Ehe gedr... Wieso ist das Altex jetzt gestorben? Wie riecht dein Ding hier? What the fuck? Jetzt bist du der Einzige auf dem Dach. Aber er ist ja jetzt wieder da. Er kommt ja gleich wieder. Mann! Kriegt er direkt... Maxi, 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 Maxi böse, Maxi böse. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Maxi Grafräuber böse... Irgendwie alle auf mich geschossen haben. Ich hab nie auf mich geschossen. Ja, ich weiß. Ihr habt tatsächlich dich vorwärts gerettet. Ja, das stimmt. Aber wieso? Hä? Was ist überhaupt für eine Eckkaste? Ich hab auf keinen geschossen, das war immer Maxi von der anderen Seite. Ja, ja, ja. Maxi von der anderen Seite. Wenn euch die Woche gefallen hat, lasst ein Like. Schreibt mir einfach, weißt du was ich geschafft. Tschüss. Tschüss. Adios. . . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017